Mirko Jelusic, M-R-K-O-J-L-O-S-T, eigentlich Vomeljelusic, Vomeljelusic, war ein österreichischer Schriftsteller, Theaterkritiker und Schlüsselpersin der NS-Kulturpolitik in Österreich. Er wurde vor allem durch biografische Geschichtsromane bekannt, in denen er historische Persönlichkeiten als Führer verherrlichte. Leben Mirko Jelusic wurde als Sohn des kroatischen Bahnbeamten Anselm Jelusic und der sudeten deutschen Friederike Strasser in Semiel im Ortsteil. Portmuklitz in Nordböhmen geboren Als er zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Wien. Hier verbrachte er seine Kindheit und Jugend. An der Universität Wien versuchte er sich zunächst mit den Studien Rechtswissenschaften, Slavistik, Sanskrit und historische Hilfswissenschaften, um schließlich Philosophie bei Professor Friedrich Jodel zu studieren. In dieser Zeit wurde er Mitglied der Burschenschaft Gotia Wien. Er wurde 1912 mit der Arbeit Stirners Erbe. Eine kritische Betrachtung über das Verhältnis des Einzigen zum individualistischen Anarchismus in Deutschland zum Dr. Phil. Promoviert Im Ersten Weltkrieg war Jelusic Artillerieoffizier und unterstützte mit dem Kriegsvater Unsan 1914 auch in literarischer Form den Krieg. Im November 1923 heiratete er die Bankangestellte Maria Greil, die Tochter eines städtischen Oberbaurats. Die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Arthur Trebitsch beeinflusste stark seine politische Ausrichtung. Von 1923 bis zu dessen Auflösung im Juni 1933 war Jelusic Redakteur des Ressorts Theater und Kunst für die Deutsch-Österreichische Tageszeitung. Schwerpunkt von Jelusics Propaganda war der Anschluss Österreichs an Deutschland. 1931 wurde er zweiter Vorsitzender und schließlich Leiter der Ortsgruppe Wien der illegalen NS-Organisation Kampfbund für deutsche Kultur. Einer politisch-literarischen Vorfeldorganisation des Nationalsozialismus in Österreich. Umstritten ist der Zeitpunkt seines Beitrittes zur NSDAP. Auf diversen Fragebögen zur politischen Beurteilung Jelusics wurde der 20. April 1931 angeführt. 1945 behauptete Jelusic während seines Prozesses jedoch, dies seien Fälschungen gewesen, er sei erst im März 1938 in die Partei eingetreten. Sicher scheint jedoch, dass er im Juni 1932 bereits Mitglied der NSDAP war. Durch den großen Erfolg seines Romans Cäsar, der die Herrschaft des starken Mannes und die politischen Ziele des Faschismus propagierte, konnte er ab 1933 als freier Schriftsteller arbeiten. Gemeinsam mit dem NS-Autor und Dramaturgen Otto Emmerich Gros gründete Jelusic 1934 DK Sekunden, bodenständige und arische, deutsche Theater in Wien, das von Karl Zehmann geleitet wurde und in dem das Ziel proklamiert wurde, eine bodenständige, von artfremden Einflüssen freie Bühne zu schaffen und zugleich vielen hunderten Angehörigen des arischen Schauspielerstandes, die unter dem Zwange der gegenwärtigen Verhältnisse sich jeder Betätigung beraubt sehen, wieder Möglichkeiten zu künstlerischem Aufstiege zu geben. Im Oktober 1935 gründete er die Zeitschrift das Werk »Monatshefte zur Pflege deutschen Schrifttums«, die allerdings bereits nach der vierten Ausgabe 1936 eingestellt wurde. 1936 baute er gemeinsam mit anderen Autoren des Nationalen Lagers wie Maximell den Bund deutscher Schriftsteller Österreichs auf, welcher nach dem Anschluss nahtlos in der Reichsschrift »Tumskammer« aufging. Ebenfalls 1936 gründete er den TIEG-Verlag unter der Verlagsleitung von Walter Scheuermann. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 an das Deutsche Reich beteiligte sich Jelusic mit einem Beitrag am »Bekenntnisbuch österreichischer Dichter«, das den Anschluss begeistert begrüßte. Am 12. März 1938, dem Tag des Anschlusses, wurde Jelusic vom Nationalsozialistische Landeskulturamt unter der Leitung von Hermann Stipeck im engen Einvernehmen mit dem von Oswald Menggin geleiteten Unterrichtsministerium der Seis-Inquad-Regierung mit der kommissarischen Leitung des Burgtheaters in Wien betraut, reichte jedoch am 6. Juli desselben Jahres bei Reichsstadthalter Seis-Inquad wegen Differenzen mit Propagandaminister Josef Goebbels, dessen Zustimmung zu Jelusics Ernennung nie eingeholt worden war, sein Enthebungsgesuch ein. Am 1. Juli 1939 gründete Jelusic mit Genehmigung der Reichsschrift Tumskammer den Wiener Dichterkreis. Mitglieder dieses Zirkels waren U.A. Bruno Brehm, Hermann Gredner, Max Mell, Karl-Hans Strobl, Josef Weinheber und Josef Wenter. Am 16. August 1945 wurde Jelusic von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und wegen Innehabung einer höheren Parteifunktion und vermutlicher Illegalität unter Anklage gestellt. Die Untersuchungshaft dauerte elf Monate, am 25. November 1946 wurde Jelusic freigesprochen. Im Dezember 1946 wurde das Verfahren wieder aufgenommen und eine neuerliche Untersuchungshaft gegen Jelusic verhängt. Nach einem Fluchtversuch stellte er sich am 3. Jänner 1947 dem Gericht und blieb bis Februar 1948 in Untersuchungshaft. Anfang Dezember 1949 wurde das Verfahren mangels eines strafbaren Tatbestands endgültig eingestellt. 1957 gründete Jelusic in Wien einen Allgemeinen Deutschen Kulturverband, dem allerdings kein Erfolg beschieden war und der in der österreichischen Landsmannschaft aufging. Die Freiheitliche Partei Österreichs ermöglichte Jelusic sein letztes öffentliches Auftreten. Am 22. November 1957 hielt er die Festrede auf dem Antrittskommiss der Freiheitlichen Kooperation in Innsbruck. 1966 wurde er mit dem Dichtersteinschild des 1999 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verbotenen Vereinsdichter Stein Offenhausen. Ausgezeichnet Mirko Jelusic starb im Alter von 82 Jahren an einem Krebsleiden. Literarisches Schaffen Jelusic verfasste vor allem historische Romane, in denen er Personen wie Hannibal, Cäsar, Heinrich den Löwen, Oliver Cromwell oder Gerhard von Scharnhorst idealisierte und als starke Führergestalten schilderte. Seine Bücher entsprachen damit weitgehend der nationalsozialistischen Ideologie, für die Jelusic auch in seinen kulturpolitischen Aktivitäten eintrat. Bezeichnend sind vor dem Hintergrund der damaligen politischen Verhältnisse die Auflagezahlen seiner Hauptwerke Cäsar und Cromwell. Der 1929 veröffentlichte Roman Cäsar wurde ein Welterfolg. In mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt, betrug die Gesamtauflage bis 1938 bereits 70.400, nach Kriegsausbruch stieg sie weiter an. Bis 1961 waren 183.000 Exemplare gedruckt worden. Auch seinem Roman Cromwell, der 1933 erschien, fast 500 Seiten umfasst und wie Cäsar das Führerprinzip verhelligt, war eine ähnlich hohe Auflage beschieden. Im Jahr 1940 betrug die Gesamtauflage 168.000 bis 1951 stieg sie auf 186.000 Stück. Jelusic schrieb mehrere Theaterstücke, die der NS-Tendenz Literatur zugerechnet werden. Am 20. Dezember 1942 kam am Deutschen Volkstheater in Wien sein Drama Samurai zur Uraufführung. Das als hohe Elit männlichster Männlichkeit die Waffenbrüderschaft Deutschlands mit Japan unterstreichen sollte. Für den 1937 Uhr aufgeführten Film Condor Cierry schrieb er gemeinsam mit Louis Trenker und Kurt Häuser das Drehbuch. 1940 wurde das nach seiner Idee entstandene Drehbuch Die Rothschilds von C. M. Kühn und Gerhard T. Buchholz unter der Regie von Erich Waschneck verfilmt. Es handelt sich um einen NS-Propaganda-Film, der in antisemitischer Weise den Aufstieg der jüdischen Bank Jesnad an Rothschild und James Rothschild behandelt. In der sowjetischen Besatzungszone wurden seine Schriften Deutsche Heldendichtung, Cäsar, Hannibal, der Soldat und die unvollständige Kompanie auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. Auf der vom österreichischen Bundesministerium für Unterricht herausgegebenen Liste der gesperrten Autoren und Bücher erscheint er mit allen seiner Werke. Werke Trotz ihrer ideologischen Ausrichtung wurden seine Romane auch nach dem Ende des NS-Staates bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts in Österreich und Deutschland verlegt. Auszeichnungen und Ehrungen 1941 Grillpatzerpreis 1966 Dichter Steinschild des 1999 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verbotenen Vereinsdichter Stein Offenhausen Werke Romane Aser von Agda Ein Wikinger Roman Bastion Europas F. G. Cäsar F. G. Cromwell F. G. Der Ritter Der Soldat F. G. Der Stein der Macht Der Türsohster Der Traum vom Reich Die Wahrheit und das Leben Don Juan Die sieben Todsünden F. G. Hannibal F. Talleyrand Paul Neff Bücher Kondorzieri D. I. 1936-1937 Drehbuch Louis Trenker Kurt Heuser Mirko Jellusich Die Rothschilds D. 1940 Drehbuch C. M. K. K. G. H. T. Buchholz nach einer Idee von Mirko Jellusich Sonstige Werke Das große Spiel Die Tragödie des Mannes O. Erich Verlag Das Werk Monatshefte zur Pflege deutschen Schrifttums Der Toni und die Leudeuter Reichsverband der deutschen Sparkassen 1931 Der Zauber von Wien Die Gefangenen fahren Ein Gedicht Die Unvollständige Kompanie Novelle Erne Hafe Balladen und Gedichte F. G. Ersatzkultur und Kulturersatz Ein Vortrag F. G. Geschichten aus dem Alten Österreich Soldaten, Künstler, Leut und Herrschaften Geschichten aus dem Wiener Wald 100 österreichische Anekdoten Geschichten um das Wiener Künstlerhaus Das Haus und die Feste Die Hausherren Die Gäste Margret und der Fremde Sickingen und Karl V. Soldaten, Künstler, Leut und Herrschaften Erinnerungen zweier Althösterreicher Streit um Agnes Erzählung aus der Stauferzeit Traum und Tat Gedichte Vaterunser 1914 Gedicht Vaterland Verlag Berlin U. Hermes Verlag Wien Weinschenker und Weinbeschenkte Lobspruch des Wiener Heurigen Stirners Erbe Eine kritische Betrachtung über das Verhältnis des Einzigen zum individualistischen Anarchismus in Deutschland Verlag Max Stirner Archiv Leipzig 1998 Nachdruck der 1911 an der Universität Wien eingereichten inaugural Dissertation Berliner Riedung des Cosepazes Erbe� Sch�� Berliner Riedung des Cosepazes Erbe� Schick